Oh, welch schöner Tag! Viele Tiere kamen zusammen an diesem besonderen Ort. Ein blauer Himmel, linde Lüfte und ein großer Tempel. Sie alle versammeln sich nach und nach um die Marimba, ein magisches Instrument, auf dem wundervolle Musik erklingen konnte. Hörst du es auch? Ich glaube, es ist ein Wirbel, ein Ruf oder ein Signal. Ja, genau. Welches Tier ist jetzt dran? Welche Zunge spricht man? Wir hören!